In dem Moment, wo ich mit den ersten zwei, drei Pinselbewegungen beginne, ist es wie ein Rausch. Und dieser Moment hält unglaublich lange an. Ich male, weil ich immer mehr merke, es ist ein Malen gegen die Zeit. Der Mann, der es nicht kennt, hat die Welt verpennt, würde ich sagen. Punkt und Kontrapunkt. Punkt und Kontrapunkt. Einfach die tolle Pinselführung hat uns begeistert. Und es ist eine Kunst, die können Sie jahrzehntelang anschauen, ohne dass Sie langweilig kommen. Es war so eine Befreiung für mich, für die ich eigentlich keine Ängste mehr hatte. Da gingen Listen rum von dem Magazin Stern mit der Bitte, dass jeder sich dazu bekennen soll, der den Mut hat. Für mich war wichtig, mit Vorreiter zu sein, anderen Mut zu machen. Ein Leben ohne Kunst kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn man mir die Pinsel wegnimmt, dann glaube ich, ist es was aus. Ein Leben ohne Kunst. Ein Leben ohne Kunst. Ein Leben ohne Kunst. Ein Leben ohne Kunst. Ein Leben ohne Kunst.